Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Christian Talk. Herzlich willkommen bei Sender 16. Wenn ihr einmal mit mir telefonieren möchtet und man Gast sein möchtet, dann gerne Kontakt aufnehmen unter sender16.gmx.de. Unser heutiger Telefongast ist der Ortwin aus Höckele Bömele. Hallo Ortwin. Hallo, bist du bei der Betreuung Lassitz-Sendin? Meine Pflegerin, die Stefanie. Ne, wie ist es? Wie ist es dir? Nein, ich bin nicht die Stefanie. Ach ne, du bist es nicht? Nein. Oh, oh, wie ist es? Bei Christian Talk. Ach so, bei Christian Talk. Ja, da wollte ich auch uns anrufen. Nur, dass ich dich anreißen habe. Aber wenn ich dich ja nicht anrufen wollte, in diesem Moment. Okay. Ja, äh, können wir zusammen reden? Ja, klar, können wir gerne machen. Gibt es alle eine? Nein, wir haben ganz viele Zuschauer und ganz viele Zuhörer. Also Zeit? Zeit habe ich immer. Du bist also der Ortwin Linsemann aus Höckele Bömele. Ja, das stimmt. Ich bin der Ortwin Linsemann. Okay, und bist du denn schon 18? Ja, siehst du mich mal 18? Na klar. Ah, natürlich. Überleg nochmal. Ich habe dich angerufen und ich bin nur 18. Okay, und wie alt bist du genau? Verrätst du uns das? 35. 35, okay. Alles klar, Ortwin. Was ist denn der Grund deines Anrufes? Ja, ich möchte mit dir mal über unser Heim sprechen. Okay, über euer Heim? Welches Heim? Na, über unser Heim. Weißt du, ich bin denn so Caritas. Caritas! Caritas! Okay, du bist also in einem Caritasheim und möchtest da über die Zustände sprechen oder ist da was nicht in Ordnung? Ja, was ist denn nicht in Ordnung? Du bist aber lustig. Da ist alles nicht in Ordnung. Essen ist scheiße. Programm ist scheiße. Fernseher ist scheiße. Okay. Okay, das ist sehr schade. Das tut mir sehr leid. Und... Das wollte ich super kurz loswerden. Und ich bin froh, dass ich das machen konnte. Und ich wollte noch meine... Wie heißt das? Ich komme hier auf den Namen. Betreuungsadvistentin Stephanie begrüßen. Hallo, Stephanie. Wie ist es? Okay. Wieso, sie kann mich jetzt anzuhören lassen? Ja, vielleicht doch, wenn sie uns zuschaut oder zuhört. Aber sie kann sich ja mal melden hier. Ja, sonst sollst du doch mal anrufen. Hallo, ruf an! Genau, dann machen wir das als Aufruf, liebe Stephanie. Ruf mal hier bei uns an. Ja, eigentlich war es das auch schon. Okay. Danke für das Telefonieren. Komm ins Pflegeheim. Tschüss! Ja, sehr gerne. Tschüss, Ordwin. Schöne Grüße ans Pflegeheim. Und vielleicht ruft die Stephanie ja mal bei uns an. Und dann können wir auch mal mit ihr sprechen. Das war der Ordwin Linsemann aus Höckele Bömmle. Unsere Zeit ist zu Ende. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christian. Tschüss, wir Euer Christian. Tschüss. iğ Jungs. Schau. Schau. Büsch.